Das Parlament in ausserordentlicher Lage Rück- und Ausblick Seit knapp zwei Monaten bestimmt die ausserordentliche Lage den Alltag in der Schweiz. Das Parlament passte sich der Situation an und debattierte an der ausserordentlichen Session über die Massnahmen gegen die Corona-Krise. Der letzte Podcast im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Session blickt auf die Entwicklungen der letzten Wochen zurück und in die Zukunft. Mitte März entschied die Verwaltungsdelegation, bestehend aus den Präsidenten und Vizepräsidenten der beiden Räte, die dritte Sessionswoche nicht durchzuführen. Das Risiko der Ansteckungsgefahr durch das neue Coronavirus war zu hoch. In der Folge waren das Parlament und seine Dienste gefordert, sich schnellstmöglich an die vom Bundesrat und BAG beschlossenen Schutzmassnahmen anzupassen. Der Generalsekretär und seine Mitarbeitenden erarbeiteten Konzepte zur Durchführung von Kommissionssitzungen und einer ausserordentlichen Session ausserhalb des Parlamentsgebäudes unter Beachtung der Hygiene- und Verhaltensregeln. Im Parlamentsgebäude gibt es nur wenig Sitzungsräume, in denen die Distanzregeln eingehalten werden können. Aus diesem Grund fanden zahlreiche Kommissionssitzungen im Hotel Bellevue neben dem Bundeshaus statt. Oder die Kommissionen nutzten erstmals in der Geschichte des Parlaments die Möglichkeit, eine virtuelle Sitzung abzuhalten. Doch alles kann nicht auf der virtuellen Ebene erledigt werden. Das Parlament lebt von der direkten Auseinandersetzung. Folglich fand man in den Hallen des Berner Messegeländes Bernexpo einen geeigneten Sitzungsort für die ausserordentliche Session. Diese wurde nötig, weil das Parlament über die vom Bundesrat beantragten Milliardenkredite abstimmen musste. Die finanzielle Hilfe soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mildern. Zusätzlich bewilligte das Parlament auch den Armee-Einsatz. Daneben entschieden National- und Ständerat über rund 40 Vorstösse aus den Kommissionen. Mittlerweile steht fest, dass auch die ordentliche Sommersession im Juni in der Bernexpo stattfinden wird. Für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier bedeutet dies weitere Wochen in einem gewöhnungsbedürftigen Umfeld. Im Vergleich zum Parlamentsgebäude herrscht eine komplett andere Atmosphäre. Die grossen Distanzen führen zu markant weniger Zwischengesprächen. Zudem werden aufgrund der Ansteckungsgefahr keine gedruckten Dokumente verteilt. Sie sind jedoch elektronisch verfügbar. Diese Umstellung ist neben der aktuell wichtigen Thematik mit ein Grund für die erhöhte Aufmerksamkeit und für die Präsenz der Parlamentarier während der Debatten. Die Anpassungen an die Krise haben das Schweizer Parlament als Institution gefordert und Entwicklungen angestossen. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesrat funktioniert bestens. Trotz Notrecht erlässt nicht die Regierung, sondern das Parlament die Gesetze. Durch eine ausserordentlich grosse Bereitschaft und einer effizienten Umsetzung haben Bundesrat und Parlament bewiesen, dass unser politisches System funktioniert und auch für ausserordentliche Situationen gewappnet ist.